so hallo und herzlich willkommen hier ein kleines video heute zum thema csgo wild es ist gerade in einigen munden weil es zum zweiten mal große probleme gegeben hat auf der seite ich erkläre kurz mal die seite also es geht immer im endeffekt darum man kann hier ein item einlegen zum beispiel ak redline für 5 dollar oder 5.50 und dann setzt ein anderer auch eben im gleichen wert oder ein bisschen höher ein bisschen niedriger wert eins gehen ein es wird eine münze geflippt und der gewinner bekommt beides das ist so ganz grob der ablauf der seite jetzt ist ja gerade wieder zum zweiten oder zum dritten mal maintain große maintain die facebook gruppen sind voll mit spams und wo meine items und alles weg weil einfach die seite komplett abrupt einfach offline geht und ja bei einmal war ich auch dabei war gerade im prinzip wollte ich gerade in den pot reingehen mit dem knife und p90 asimov wert circa 200 dollar habe ich mir ein pot rausgesucht ein kumpel war zum glück dabei hat das ganze aufgenommen ich habe es nämlich nicht aufgenommen gehabt und bin dann in den pot rein und hat dann nach längeren laden bzw er hat der handel ist durchgegangen der offer durchgegangen der countdown ist abgelaufen und denn es hat dann gemeint ja okay das hier sieht man anders dann habe ich gesagt okay sie wird ja wohl das handel gleich abgebrochen und zurückgeschickt und dann war danach die server die einfach die komplette seite dauern wie hier jetzt auch das problem ist service kunden die anderen maintenance die haben alle items noch was derzeit auf der seite war also jeder was hingehandelt hat was sein game gemacht hat was irgendwo rein gejoint ist alle items sind jetzt auf der seite jetzt viel spaß beim support melden also wenn die seite wieder online kommt werden erstmal natürlich ich weiß es nicht wie viele leute sich einen support wenden und in meinen augen ist die seite eine krasse scammer seite nicht unbedingt beabsichtigt aber einfach nicht sauber genug gearbeitet ich habe jetzt hier natürlich dann ordnungsgemäß den support angeschrieben habe dann auch nach ein paar tagen antwort bekommen und in der antwort statt drin sorry vor denen ich weiß nicht was es heißt für die was auch immer ihr könnt übersetzen und habe den link bekommen den link kann ich jetzt leider nicht öffnen weil die seite down ist da wurde mir auf jeden fall angezeigt mein also da genau der pot dass ich sie ich mache sie gerade mal groß der pot ist war von dem anderen und hier waren meine items also dieses knife und die asimov waren hier wirklich drin und ich habe verloren also die seite hat in dem fall gewonnen das heißt der andere hat gewonnen so hat mir das screenshot was die mir geschickt haben hier so nach dem motto hier du warst noch drin was ist dein problem ja sorry für die unannehmlichkeit so jetzt zeige ich euch aber das video und es ist hat wie gesagt denn es aufgenommen ich mache jetzt meinen ton aus beziehungsweise ich kann auch anmachen nein ich weiß ich lasse lieber aus ich weiß nicht was ich da laber und ja das ist jetzt eben wie gesagt der gleiche topf es ist jetzt halt blöd weil ich euch den screenshot nicht zeigen kann denn die geschickt haben ich habe auch direkt wieder geantwortet und habe gesagt hier das video sagt aber was anderes und darauf kam jetzt leider nichts zurück und jetzt als ich gesehen habe dass es schon wieder so große probleme gab habe ich gedacht ich schreibe jetzt mal oder ich mache jetzt mal ein video in dem ich euch rate nicht auf dieser seite zu geben weil das ist wie gesagt schon das dritte mal wo ich das mitbekommen wurde wirklich big einfach hier mies einfach die seite komplett offline gemacht haben und ganz ehrlich was wollte denn machen was was soll ich jetzt machen ich habe jetzt hier im prinzip 200 dollar an wert haben die hier mir abgezogen und mehr als support anschreiben kann ich halt nicht machen und das ist im endeffekt einfach eine krasse macht die die seite in meinen augen für sich vielleicht ausnutzen kann weil es wird den hälften der leute gibt die zeug oder die kommen einfach gar nicht wieder was auch immer auf jeden fall ist es in meinen augen ein krasses gemm hier seht ihr jetzt ist komplett jemand anderes drin also einem im live m41s bei mir war es in m9 damaskus stil und p90 asimov und ganz klar das spiel läuft hier warm der gewinnt auch das ist was einzige was gestimmt hat aber definitiv war nicht ich hier drin so und ich habe wie gesagt von den leuten genau diese diese screenshot bekommen nur mit meinem damaskus stil und mit meiner p90 hyperbeast im endeffekt können die ganz einfach mich reingeschnitten haben bisschen photoshop skills bewiesen haben gesagt hier ist doch ding sorry das ist so war und keine ahnung der hat seine skins verloren ich habe meine skins verloren ist in meinen augen eindeutig ein ganz krasser scam und deswegen war nicht euch vor der seite und sagt hey geht lieber auf irgendwelchen anderen seriösen gambling seiten aber von der rate ich auf jeden fall die die das gambeln ab und ihr werdet es auch in facebook wahrscheinlich lesen dass da jetzt mehrere probleme haben und im endeffekt kann man einfach nichts machen das ist fakt und von dem her sage ich gern mit lieber waren das nicht auf csgo wild.com so danke fürs einschalten schreibt doch in die kommentare ob ihr auch sowas mitgemacht habt ob ihr auch all den singen gehandelt habt und nicht wieder bekommen hat bzw seite crash und schreibt doch in die kommentare was was ihr erlebt habt oder was nicht geben daumen hoch wenn ihr was auch immer daran gut findet und ja danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal tschau